Servus, ich bin der Marc von Piersingstuivin und ich zeige dir jetzt mal mein Studio. So, wir haben hier im Verkaufsraum eine Riesenauswahl an Piercing-Schmuck. Wir haben eine Linie aus günstigem Piercing-Schmuck, aus Titan, Titan vergoldet, PVD beschichtet. Wir haben Chirurgenstahl vergoldet, wir haben Zircon-Line, wir haben Swarovski-Kristalle, wir haben Swarovski-Kristalle, synthetische Diamanten, wir haben Opale, wir haben Glas, wir haben Holz, wir haben eigentlich alles, was das Piercingherz begehrt. Dann haben wir hier unsere exklusive Linie, wo wir mit Marc's Treasures eine eigene 14, 18 Karat Goldlinie kreiert haben. Auch mit Zirconia, mit Swarovski-Synthetisch-Diamanten, aber auch mit echten Diamanten, aber preis-leistungsmäßig unschlagbar, wo jeder was findet für jeden Geldbeutel, was dabei ist. Dann haben wir eine klassische 18 Karat Goldlinie, wo man eigentlich alles auch findet, was das Piercingherz begehrt. Das sind normale, vertikal-horizontale Klicker, Plain-Klicker mit diversen Attachments, offene Ringe, BCRs, Bauchnaibel-Piercings, Nasen-Piercings, Brustwarzen-Piercings und natürlich auch Intim-Piercings. Das ist für allen und für jeden und für jede Körperstelle was Passendes dabei. Dann kommen wir hier zu Maria Tesch-Piercing-Schmuck. Bei Maria Tesch haben wir das exklusivste, was man kriegt, Fein- und Luxury-Piercings. Hier wird großteils 18 Karat Gold verarbeitet, in Rosé-Gold, Weiß-Gold, Gelb-Gold und natürlich dann mit echten Diamanten VS1, beste Top-Wesselton-Qualität, aber auch wieder die klassischen Stücke, Klicker, horizontal-vertikale Klicker, normale Invisible Diamonds, quasi unsichtbare kleine Diamanten für die ganzen Ohren, Lightning Bolt und so weiter, was man eigentlich alles von Maria Tesch kennt, bis hin zu teuren Einzelstücken, die dann 10.000 Euro und mehr kosten können. So, dann zeichere ich euch jetzt mal unsere drei Studios. Wir kommen hier in das Studio 1, wo eigentlich alles begonnen hat. Das ist so das Herzstück unseres Studios, das kennt man noch aus den alten Videos. Da war noch alles schwarz-weiß, Mosaik und Rottöne verbaut. Und wir haben jetzt hier wieder ganz frisch vor ein paar Wochen ein Retro-Studio gemacht, wo wir so einfache Walk-In-Geschichten machen werden in Zukunft. Wir werden mit zwei, drei Piercern hier arbeiten insgesamt. Und hier werden so die Basics gemacht, kleine Wechsel, kleine Sachen am Ohr. Deswegen so ein Dedicated Chair, der einfach so klassisch für Sachen und Arbeiten am Ohr, Mund- und Nasenbereich gedacht ist. Selbst unsere Toilette ist sehenswert. Mehr verrate ich euch nicht. Das werdet ihr bei einem Besuch vor Ort selbst rausfinden. Das ist dann Studio 2 von meinen Mitarbeitern. Hier wird gepiercet. Gleiches Style wie überall. Alle Studios sind eigentlich gleich ausgestattet und vom Look anders. Meins ist ein bisschen größer. Studio 3. Mein persönliches Reich. Hier spielt sich dann eigentlich alles ab, was ihr bei YouTube in meinen ganzen Videos immer seht. Also immer hier in unserem Masterstudio gefilmt. So, das war ein kleiner Einblick in die Boutique und unsere drei Studios. Es gibt natürlich hier vor Ort noch viel mehr zu entdecken. Und ich würde mich freuen, wenn du mich, uns hier besuchst und dich persönlich von uns überzeugen willst.